ARD Text im Auftrag von SWISS TXT Meister? Paul Bäumer? Ich möchte nicht loslegen. Wir sind jetzt an der Westfront. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es ist vorbei. Im Namen der Menschlichkeit. Ich bitte Sie um den Waffenstillstand. Ihr habt 72 Stunden. Um unsere Kondition zu akzeptieren. Ich werde nicht kapitulieren. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Meine Mutter wollte nicht, dass ich einen Krieg ziehe. Ich wollte Ihnen zeigen, dass ich das kann. Ach Paul. Wir wollen mal nach Hause kommen. Ich vermisse meine Kameraden weg! Oh mein Gott! Schließen wir Frieden. Es ist weg! Ich habe Angst vor dem was kommt. Du musst jetzt tapfer sein. Für die, die es nicht geschafft haben. Für uns alle. Wir sind nur noch nicht zuvor. Ich trage mich. Die Waffen am 8. Ich trage mich. Ich trage mich. Ich trage mich. Ich trage mich. Oh mein Gott.